ja ja willkommen zurück 3 ist das jetzt schlicht die maximale spieler Antwerpen wurde gereicht dieses Video das weiß ich doch jetzt noch nicht nervige Fragen von nervigen Spielern für uns so machen macht schreibt das das Video wird heißen nervige Fragen von nervigen Leuten so schreibt was dein Kumpel jetzt kommt wieso sollte ich schreiben dass du jetzt kommst weil ich in deinem Team bin ich bin zu gut für euch lasst mich in Ruhe sage ich sage ich nach einem Kiel Nein sage ich und werde gekillt ja sag's doch gerade Blutzucker 6x ich mache auch gerade Video mit er ist bei mir Gast in das Laufstuhl freundlich spieler wird wo er sich wie er kommt hier ist Kursmann weil ich dachte ob ich es mir nicht nachgedäunt Klon Riders Hedl bis in meinem Team mein ehrlich Nefels immer noch das war es er ist es in der Städte und geht auch ja das wird auch aus dem letzten Jahr so hochgeladen dadurch verkaufte erläutliche Verkaufmann Prozent Account für zehn Euro PSF Karte wir haben sie ja ich verkauf meiner Kontin also sowas macht man nicht in Videos doch nein das schneidest als Kontraus Ehe durch die Spiegel die ich weiß dass ich vergesse es bloß wieder bei Fabi ein Lüben ja schon dass ich es gebildet habe er wie mich einfach alle versuchen zu töten jährlich zusammen Stolz und Korte und von Tönnies getötet soll das Weltkrieg Psycho das haben wir doch auch gerade sagt das ist so die die mir an so braucht uns erstellt hinter dir sie bei uns und gerade rausgefallen du auch nicht ich habe zu wenig Leben selbstmord er möchte er ist ein die 10 nein das ist einfach nur umgehen kill zu gehen falls sich mitmachen sollte das ist nicht mehr nicht sicher werden Prozent werde ich das genauso machen Herr Schott alle haben wir zusammengefütteln ich kann machen die ich habe immer mehr die gegeben die Woche wenn jemand alleine kill er das ist voll Köln wir beide ich weiß er ist ja auch Kombi zusammen sei jetzt ich weiß wir machen wenn wir zusammen Tänz von der Schrauben dort gibt die Schuhe auch machen in einem jungen Fettstel tötet sich gerade mal also gesehen die Eiskalte darunter gespürt und jetzt ist es schon wieder und wieder mit Katana die hier ja nein ich hab mit Semi-Riffle ja ich hab mit oh ich hab Alter Alter jetzt fick dich in eine Screamo hat mich mit Sigma-Blade geboxt Scheiße ein Kill-Asset-Point wen hab ich gekillt nein du hast nur einen verletzt Screamo ich hab Screamo gekillt bevor ich gestorben bin hä wie kann das sein nein er hat mit einer Riffle drauf geballert Klonrider hat mit einer Riffle drauf geballert Schuss ich hab dich noch gesehen ich sieht man jetzt sieht man mich auch wieder ich bin ein Junge ich bin auch ein Junge und jetzt oh ich frage gleich mal bei Skype jemanden ob er meinen Account haben möchte boah was habe ich für eine miese oh nein meine Tendenz ist sogar recht gut deine ist mies ich bin ja auch gerade erst reingekommen Junge ja ich meine jetzt vom Verhalten her ich bin halt nicht der allerbeste ich bin halt neuen Accountant dann will ich mir direkt mal AP holen deswegen um das auch wenn du mit AP Spiels verlernst du alles aber trotzdem cool Hör auf mit meiner Sicht mit mir kommt einst du mal jetzt er ist viel zu viele gehen auf einmal auf mich das hat mich in der Mitte zu ziehen Fröhlich er hat ihn doch okay vielleicht tue ich das das war eben wie edelig als dieser Platz zu Prozent du nimmst ja eine Hälfte immer auf ich glaube nicht dass sie erst zwei Minuten geht oder nein die geht sieben Minuten ich habe auf 30 Minuten gestellt ich mach 15 Minuten kurz ich mache mal eigentlich nur zehn Prozent auch nicht zu lange zum anderen eine Indie-Pack ich habe alle jetzt kommt ich in meiner siegene der AP ist der Tag noch die Schulter für mich ich sage ich will sieben sieben ich bin Hauptkraft an die Spannung zu nicht sie werden die ziemlich eklisch Hacker Achtung Manno ich mag bin ein Junge nicht ich auch nicht ne ich hab dort sogar XT gefühlt ich mag trotzdem niemanden Hallo ich beobachte dich ich mache mir etwas wer nimmt hier auf ich und hat denn nicht nur Luftkirch auch im Haus als Indien auch hier keinen Bock wir sind schon kein Bock das ist ja klar es ist auch wenn das der Ehe schüß die Kops die Leute und das war's Tschüss.